hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu einer weiteren folge von raft heute wieder der michael und der gute last dabei haben jetzt nur eine kleinere insel angesteuert und versuchen halt hier bisher zu plündern eise zu kriege schrott zu farmen heizutöte der hei hat schon das zeitliche gesegnet und irgendwie finden wir nicht das was wir brauchen 6 oder 7 eisen gefunden ich finde hier viel ton aber und sand aber mit kugelfisch oder so was genau der kugelfisch wollte mir ja habe gut oder spontan hat aber nicht das kann ja gut sind oder gerade nicht so naja dann komme ich mich mal wieder ums essen ja genau mach du mann jahre war halt oben was so bei sein ist er also finde ich gut so schrott in der haufe schrott muschel sage ich nicht ein bisschen tönchen auf der insel geguckt ich bin einmal rüber gelaufen das war es war jetzt nichts außer die eine palme die zweite ja von etwa ja ich bin mir ich mich klar und das abhacke wenn ich da ohne bisschen schrott aufgesammelt habe wasche ist voll was schmeißig raus das sand findet man immer irgendwo da ist doch heißen muss aber jetzt mal was ist es wird gerade dunkel ja ich habe noch ein paar rote beete probiert wisse mit fisch bin schon wieder da aber schlägt wo die rote beete lege ich das groß hat sehen und weiß lassen wir überlegen was ist groß hat zähne und weiß also ist ein bisschen sexistisch ja das wollen wir nicht niemals würde ich nie mache nächstes so 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 hi haben wir haben und es wird dunkel und ich bin nicht tot ein ok wo bist du neben dem fluss er musste auch schluss ja ich habe ganz wenig leben zu langsam das ist doch noch kompakt so ab ins bett ja ja mami ab ins bett der bubba hat hunger wieso öffnet sich das beschissene fps-menü da ist er weg morgen ich stehe auf und ich sehe so einen hallkopf und so einen fahrer und fahrer und fahrer und also die unteren teilen insel wollte ich was trinken was machte karl schützt weg da war es ja da dritte löwe so dann sind wir wo ist die und dann wo das wir sind die vorgeschaut mal wieder erneuern ja kann ich mache weil ich hier was alles so kann man einfach abreißen und neu bauen genau ich habe bei uns mal angucken und probieren gut holz fehlt aber noch gefehlt eine planke planke eine planke bitte schön eine planke wir sind zwar sehr gefalle ich habe sie vorgeschaut hier herstellen vorgeschaut jetzt hergestellt kommt der baum weg findet jemand das zeug was hier liegt aufsammeln noch bin gerade oben moment dran schlecht ich sowieso esse also kann verpassen sup sup eisen ist drin wollen wir die insel einmal ablegen ja hätte ich schon gesagt jetzt gleich neue dann anker lichten sekunde ich bin nur noch pflanze ich bin schon da und tschüss ich wollte nämlich gleich schon mal wieder neu so dann gucke ich gleich dass ich die netze weiterbauen kann dass wir immer ringsherum haben das so was du es weil kriegen wir nicht viel feiber haben wir doch schon irgendwo noch hatte man finden palmwedel ja in der großen tour immer gerade mal raus ich brauche nämlich viel seil jetzt ich sei dir gestattet der schiffsrat hat beschlossen das ist in ordnung gut ich bedanke mich vielmals schiefsrat ich brauche jetzt irgendwer jemand gerade equipment aus eisen also enterhaken speer ja beides ohne axel eigentlich also eisen speer geht bei mir bald zur neige der hake geht so langsam kaputt okay ja dann bräuchte jetzt noch ein kreuz habe ich holz kann ich da geben wie viel brauchst du denn viel und ich kraften soll ich kann jetzt schon mal elf gebe habe ich jetzt ja das ist schon mal gut von anfang dann habe ich mich hier brauchst du irgendwas eigentlich nicht also hier hätte man nicht weglaufen speer ich brauche ein bolzen von ein seil weil habe ich hier einst warte 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 ich hätte da hast du schon alles ja so schrotthaken sonst noch irgendwer was irgendwas ist eisen die axt halt noch aber das ist noch geht sie bis wenn du mir sieben holz kriegst kriegst du eine axt ich wollte ja jetzt gerade ein plateau fertig machen weil ich nämlich rausziehen wir fahren ja gerade den strom also gucke ich hab gar kein holz ich auch nicht deswegen sammle ich jetzt hier gerade ein bisschen holz wir sind ja beim strom drin also nur das stimmt wohl hast du immer genug aus dem plastik sonst noch was machen nicht wirklich ich habe mir vorstellen dass das spiel irgendwie so recyceln kann aber ja ich glaube ja ja ich denke man kann es vielleicht auch für ist bio dann benutzen aber ich bin mir sicher ich mache jetzt mutter ob er endlich dein plateau fertig so also wo bist du das ist das darf was andere schon wieder hin äh wo ist es da also metall axt bumms bitteschön eine metall axt dicht vor dir hab ich mitgenommen so und dann das hier unser fluss verstärker das ist alles was ihr mit teil habe ich weiß ob er muss dem öfner was drin ist das heißt wir müssen sonst erst wenn sie ansteuern ja alles gut ich bin jetzt hier schon ein bisschen wenn ich einmal aus rum ziehen kann mit allem ist es schon geil so das war's mehr habe ich jetzt im moment nicht wir brauchen noch ein bisschen wir sind fast schon immer außen rum drei das ist doch schon mal schon mal schön eigentlich wenn du herkommst kriegst du noch ein paar von mir klein oder holz metal sekunde ich bin gleich schlafen und meine runde rum ja ich bin hinter dir so ah ja bei dieser so jetzt sind wir drei mehr das heißt ich kann wieder drei brauchen ja dann hast du was geschafft ja noch drei fehlen dann sind wir durch ich hab noch zwei hier oben ja okay ich will so nicht die kofferbarren raus ich kann doch die kofferbarren möwe ich bin schon auf dem weg ich bin schon auf dem weg ich bin nicht das ähm mich schnell oh äh dass die nicht verscheucht werden durch die verscheuert greifen die bloß an dann so ja seit dieses angreifen so ich brauche jetzt nur so ein Trinke besser oh shit oh shit holy shit hm wir haben hier jemand wo sie strunke nicht gut was ist denn ums esse unds trinke naja naja wir können auch bald äh getränke noch aus auf die äußerste planke setze jo oh das krabbelt grad in der nase eklig mit das war ein bisschen licht hier rein reparieren wir so lang noch jo so das kann ich mitbaue dein plateau habe ich um eins vergrößert nice das nächste äh mit der lasse mess so die größe erst mal möwe ja man muss ja nicht unten man kann ja von unten nach oben bauen ab die möwe sehr schön man kann so ich habe noch aufnehmen ich bin leider voll der demon hinter dir ja ja das letzte eisen was ich habe ja ok das heißt für mich ich kann noch was machen mache ja zwei von drei kannst du machen meinst du gerade ja dann muss ich jetzt bloß machen wir mal das da und das war nicht was ich so schön finde so oh ich muss jetzt gucken dass ich die sache verbaut kriege weg du böser stein kopfverbrauchen brauche ich nicht hier wohl ein lager haben ja wäre halt praktischer damit man es besser sortieren kann hier ist schiff voraus ein kleines schiffchen nach das wort der insel ich gehe mal davon aus hier künftig leuchtet natürlich nicht ich korrigiere leicht den kurs das ist der mich hier leichter als zum schwimmen warum ich ach jetzt soll ich das auch noch machen ey 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 jetzt soll ich auch noch der koch macht auch ein bisschen felderfahrung das ist jetzt klar hat ja keiner was zu gehen wenn ich das jetzt so dann ja man kann es ja ein bisschen schöner machen es gibt ja so viele sachen so viele bauvarianten also man kann es ja auch schöner machen ne es ist immer mit holz und immer so und ich finde es gibt sogar türen ja cool so mit tür und dann hat man hier ein bisschen äh ja ich kann gerade nicht weil mein eventar ist voll sehe ich gerade da ist ist dass ich noch vielleicht dacht auf die man kann ja wurde ich immer küsse ich muss jetzt echt noch blanke ich hab's jetzt gesehen ein holz mehr kollisionskurs mit dem boot gerade drehen wo hin ist noch insel sich ja ich wollte jetzt nicht anfangen ich sag's bloß hat hier genießt war ganz kurz ein bisschen den das wasser und den strom für so holz und so ein paar fässer genug ist dinge haben wir also dran an sich ja ich muss ja noch gucken dass ich die netze fertig machen aber ich will jetzt erstes häuschen bauen was der israeler häuschen hat der b6 hat seine lage warum die das fast lasse ich nicht den stich was kommt zu mir einfach mal extra so patrone machen ich frage ist da machen wir dann große drohne noch und die kommen dann alle in die kammer dann aber es wird wieder nacht ja kann man ja bald wieder bobo mache aber es sieht doch schon mal gut soll ich bekomme ein kopf verbrannt ist auch gut wenn ich spring der lage lehrt oder sagt bescheid der christin neue batterie von mir schlafen wir brauchen dass wir hoffentlich mal so batterie auffälle wieder haben den charger das ist ganz late game es kommt sofort für die fässer einsam mit die jetzt seite weg treiben alle spiele müssen schlafen und auch vorgehauen löwe 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 ich habe hunger tschüss fliech fladermann ich habe es nicht gepackt aber ich gehe mal was der erste hole sei ihm gestattet schiffsrat genehmigt große truhr braucht die schöne batterie schrott kunststoff gut aus und schon fand ich mehr als genug ich muss sie mir nicht alle kunststoff zuschmeißen nicht auf einfach zur großen truhr und sammeln ein ich möchte jetzt nicht wieder mit plastik ermüllt werden batterie bleibt doch hier nicht wegspäßen ich weiß doch die arme batterie nicht weg soll ich lad mal ich lad mal unsere unsere suchstation wieder auf weil die batterie war mir verlehrt ja das stimmt das schadet oh krass will ich setzen segel wir sind richtig nah dran ja das ist super 600 meter das ist richtig ja dann schaffen wir ja noch was soll man hier so plateau drauf machen wo man es mal so drauf holen können oder ja kannst du mal die dacht drauf bauen naja im plateau was du mir vielleicht ist mehr fläche können wir es vielleicht mit einem plateau noch verbinden ja so eine kleine brücke das ist für süß ich habe schon wieder steine im inventar ich habe den hammer weggeschmissen das ist ein durchaus smartern hof ja mein nächster ist einfach zu überbauen aber egal der ist ja nicht so teuer muss man auch erst mal schaffen ja das ist also unser farming station funktioniert schon gut wenn wir im strom sind möfe ich glaube mein lieblings wort ist möfe möfe müssten so möfe counter mache also wenn irgendjemand wo das guckt und die folgen weiter guckt kann ja immer drunter schreibe wie oft das möfe gesagt hat so häufig ich habe dann haben wir gefunden naja ich kann es jetzt ich habe jetzt ein eigener geht das ach schade geht nicht ok interessant irgendwo eine truhe machen da haben wir bis so ich habe wieder 6 und um mich geschmissen aber das ist natürlich verdrückt plastik ist abends und wenn ich jetzt hier in der mitte was habe will muss ich weg der truppe sind könnte ja einstürz mit unserem gewicht und kannst du jetzt da ganz erkrankt ist wabbel und wackelt holy shit ein sogenanntes wackelwabbelboot mag wabbelwabbelboot nicht ich muss das nicht in canter 500 wir schwimmen auf jeden fall drauf zu gefühlt naja ja ja ich habe aufgemacht wir waren fast direkt auf kurs häkel muss ich mir noch machen was brauche ich noch angewandt wackelwackelboot bevor wir jetzt gleich auf die insel gehen bräuchten wir irgendwann noch ein equipment eigentlich nicht ich habe meine axt kastatur lass das möwe freigestochen also der hai beißt auch nicht mehr das boot in klein also das ich glaube der kennt die zahlabrechnung das bilder gar nicht nicht ja entweder das aber wenn ich meine revolver zähne das ist ja für eine ganz schwachsinn ja die zähne wachsen noch innerhalb von ein paar stunden nahe also ja das habe ich ein bisschen mehr als ein paar stunden aber ja der mensch heute auch revolver zähne haben das ist wenn man so eine genetische sache die würde ich unterstützen zahnärzte hat um diesen trick mhm ja da menschen wie ich mit schlechten zähnen das sieht lustig aus da ist so ein drop gerade weil ich keine ahnung ob jemand gerade ein screenshot gemacht muss ich mit handy machen geil äh f11 oder f10 oder f12 einer von den drei tassen so ich brauche seil seil brauche ich so aber auf diese weise haben wir schon wieder unsere zeit erreicht schon wieder schon wieder genau ich bedanke mich für alle Beteiligungen holy shit genau und sag dann schon mal tschuuuus